Let's do it, sagt Mother. Also machen wir. Mahlzeit, Tag, herzlich willkommen hier bei uns im Whisky Hot. Quick and Dirty Time, heute mit einem Diensten. Diensten, eine Brennerei, bei der ich schon verschiedentlich sehr, sehr feine, leckere Abfüllungen gefunden habe. Ich erinnere mich auch daran, eins unserer ersten Online-Tastings, kurz nach Beginn des Corona-Lockdowns, war ein Diensten-Vertical-Tasting. Hat viel Spaß gemacht. Jetzt eine Abfüllung, original aus der Brennerei, keine unabhängig abgefüllte. Und zwar, ein Oloroso Sherry Cask. Das war ich mit der Zähne noch gar nicht so weit, kommt auch gerade nicht weiter, weil der Masse euch die Details zeigt. Ihr könnt es im Prinzip selbst ablesen. Aber ich sage euch dazu, 52,7% hat das Ding. Und die Oloroso-Festor, das war eine Vollreifung. Das verspricht einiges. Oloroso scheint in letzter Zeit so ein bisschen häufiger aufzutreten, so mein Eindruck. Wir haben mehrfach schon Abfüllungen von Ben-Romach gehabt, die wohl, so lauten einige Informationen, um die 90% ihrer Abfüllungen in Oloroso-Festern lagern. Hier von Diensten jetzt, von Dale Wayne hatten wir einen, von Duncan Taylor einen Dale Wayne reinbekommen, einen 12-Jährigen. Von Turbo Morios, gleich im Hause, letztendlich war es zum gleichen Konzern gehörend, gibt es eine Oloroso-Abfüllung. Also in letzter Zeit taucht der Begriff häufiger auf. Der hier ist von 2008, wie sich das gehört. Nicht gefärbt, nicht gefiltriert. Und ja, richtig schöne, dunkle, trockene Aromen. Dunkel, man sieht es auch schon an der Farbe, der ist echt richtig sattdunkel geworden. Sehr schön. Riecht wie so eine Nussmischung. Ist trocken, hat eine ganz, ganz zurückhaltende Süße. Ein bisschen so ein Eindruck, wie so ein, ja, schwarzer Tee, ein kräftiger, schwarzer Tee, ein Assam vielleicht, der gut durchgezogen ist. Daran erinnert die Förder auch schon fast. Ach, einfach lecker. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich auf Oloroso-Abfüllungen stehe, oder? Sehr schön. Es wird probiert, die Lounge. Die 52,7% verpuffen. Das nimmt man nicht wirklich wahr. Ganz weich, ganz rund, auch hinten raus, keine Alkoholschärfe. Sehr feines Ding. Im Mund ein Tick süßer als in der Nase. Das gibt so eine süßlich, leicht malzige Grundnote mit etwas Nussaromen. Da drüber wird es tatsächlich ganz leicht fruchtig. Aber diese Nussmischung mit der leichten Süße dabei, rohezuckermäßig, ein bisschen in Richtung Blockmalz gehend, ist schon der Hauptbestandteil. Richtig feines, sämig-weiches Ding. Dann 52,7% auch gut in mehreren Einheiten am Abend genießbar, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass selbiger zu früh zu Ende ist. Gefällt mir sehr gut. Was ich jetzt nicht gemacht habe, um das Ganze abzurunden, nach dem Preis zu gucken, da muss ich mal eben schauen. 96,90. 2008, leider nicht angegeben, wann, na, es steht immerhin drauf, 12 Years Old. Also, die 13 hat er nicht ganz geschafft. Zwölf Jahre alt, fast stark. Das nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert, versteht sich. Von daher, ja, geht gerade noch der Preis, ist noch unter 100 Euro. In der Region bewegt man sich heutzutage leider bei solchen Abfüllungen. Aber mir gefällt er so. Trifft genau meinen Geschmack. Euren auch? Findet es raus. Kommt rum und probiert es, wenn ihr in der Nähe seid. Besorgt euch irgendwo ein Sample oder sagt, klingt spannend, ist genau mein Beuteschema. Ich bestelle mir eine Flasche. Wie auch immer, es liegt in eurer Hand. In meiner Hand liegt es jetzt, das Video zu beenden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mich gefreut, euch den Whisky vorstellen zu können. Und beim nächsten Mal, jetzt garantiert ein anderer, das verspreche ich euch. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao.